Seit fünf Jahren führt die Musikschule Saarbrücken zusammen mit dem Bildungsministerium und dem Förderverein an der Saarbrücker Grundschule am Ordensgut das Projekt Die kleinen Streicher durch, in dem alle Schüler ein Instrument erlernen sollen. Nun im Advent präsentierten die Kinder, was sie gelernt haben. Der Förderverein hat maßgeblich zum guten Gelingen des Streicherprojektes beigetragen. Die Kosten für den Instrumentalunterricht werden überwiegend vom Bildungsministerium getragen. Außerdem unterstützt der Verein Kinderhilfe Saar e.V. das Projekt. Zur weiteren Förderung des Projektes hat Kultusminister Ulrich Kommerson nun einen Scheck in Höhe von knapp 3000 Euro überreicht.